Ich traue mir es zu, ja, aber am Ende beantworte ich die Frage nicht, sondern das ist die Frage, die Vorstand und Aufsichtsrat beantworten müssen. Ich bin bis auf Weiteres mit allen Kompetenzen ausgestattet worden. In der Zeit werde ich den Job so gut wie möglich machen. Alles andere, werden wir sehen, liegt nicht in meiner Hand. Freddy ist VfBler durch und durch. Er war ein großer Spieler hier. Sein Name wird immer eng verbunden sein mit dem VfB, ist Pokalsieger geworden hier, Europameister. Er war über vier Jahre jetzt hier als Sportdirektor und Sportvorstand. Und deswegen war er natürlich sehr enttäuscht, das ist klar. Wir waren zusammen in der Sportschule Kaiserau in der Vorbereitung auf das Spiel beim BVB. Er war sehr enttäuscht, was normal ist, weil er einfach unglaublich an dem Verein hängt. Spieler können wir nicht holen, aber ich habe schon konkrete Vorstellungen, was wir machen können. Jetzt war es natürlich zeitlich sehr eng in der englischen Woche zwischen dem BVB-Spiel und dem Hannover-Spiel. Wir werden jetzt in den nächsten ein, zwei Tagen Armin Fee und ich uns zusammensetzen und dann die Lage analysieren und die entsprechenden Schlüsse ziehen und dann auch handeln. Harmin Fee und ich uns zusammensetzen. Stimmen!